Dann rede ich jetzt mit dem Kurzdurchlauf durch den Galaterbrief. Paulus beschreibt im Kapitel 1 gleich zu Anfang seine Autorität, was er zu sagen hat in dem Brief. Und es ist auch sehr wichtig, dass er das ganz klar macht. Und damit fährt er jetzt im Kapitel 1 auch fort. Da will ich einfach Abvers 13 lesen bis zum Ende des Kapitels. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zur Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennen zu lernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Versammlungen von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigte jetzt den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie verherrlichten Gott an mir. Paulus ist also gerade ganz massiv dabei, noch mal ganz, ganz klar zu stellen, dass er die Unterweisung im Evangelium, mit der er natürlich jetzt auch aus diesem Wissen heraus ja auch den Galaterbrief schreibt, dass er diese Unterweisung eben nicht nur von Menschen oder eigentlich gar nicht von Menschen bekommen hat. Er hat diese Unterweisung direkt von Jesus Christus bekommen durch Offenbarung. Und das ist natürlich schon ein ganz gewaltiger Autoritätsbeweis. Und Paulus wirft diesen Beweis ganz stark in die Waagschale. hat es getan, hat im Vers 12 ja auch schon gesagt, ich habe das Evangelium weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt fährt eben ab Vers 13 fort, noch mehr eigentlich Gewicht dem zu geben, noch mehr, ja, glaubhaft Zeugnis abzugeben, dass das, was er sagt, dass er, wie er auch das Gesetz dann versteht, wie er es darstellt im Galaterbrief, und dass er, wie er mit dieser falschen Lehre aufräumt, dass er damit einfach Recht hat, weil nämlich Gott ihm das Recht gegeben hat, weil Gott ihm selbst einen Werdegang auch gegeben hat, auf den diese Leser jetzt schauen sollen. Also er sagt jetzt ab Vers 13 nicht mehr, dass er das von Jesus Christus selbst erklärt bekommen hat und allein deswegen schon jetzt diese Kraft und Autorität hat, jetzt das Ganze zu korrigieren, was hier passiert in Galatien, an falscher Lehre in der Gemeinde, sondern jetzt sagt er tatsächlich, nimmt er diesen zweiten Punkt auf und sagt, präsentiert seinen Werdegang, an dem man sehen kann, dass er wahrhaftig von Gott geführt wurde und dass er als Werkzeug von Gott eingesetzt wird, die Gemeinden auch zu fördern, zu leiten, vor allem die Gemeinden, die natürlich unter den Nichtjuden auch entstehen. und das sagt er natürlich jetzt ab Vers 13, sieht man das ganz gut, wie er dann sagt, schaut euch doch das an, schaut euch doch einfach diesen Wandel an, der mit mir geschehen ist. Ich meine, wenn das nicht von Gott ist, was hat das überhaupt noch mit Glauben dann zu tun, was ihr hier macht in der Gemeinde? Er sagt ab Vers 13, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört. Warum fängt er an, überhaupt das zu erzählen? Er will natürlich zeigen, wie weit er jetzt durch Christus gekommen ist und wie Christus ihn gebraucht hat, wie Christus ihn da aus einer vollkommen anderen Überzeugung rausgeholt hat und ihm Verständnis gegeben hat und wie er eigentlich auch Verständnis und Schriftkenntnis hatte von dem, wo er früher drin war im Judentum. Und er sagt, ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Also er sagt, schaut euch doch, schaut euch doch, wenn ich jetzt all die Sachen sage, die ich noch sagen werde in diesem Brief, euch ja sagen werde über das Gesetz, über diese falsche Lehre, die da reinkommt, die versucht, das Evangelium wieder auszutauschen mit etwas, das überhaupt nicht retten kann. Er sagt, schaut euch das doch an, ich bin doch ein Vertreter genau dieser Sache ja gewesen, die hat ja die Gemeinde sogar verfolgt und schaut, wie wahrhaftig Gott in mir wirkt. Er hat mich da rausgeholt und ich war sogar so tief im Judentum, dass ich sogar einer der Besten war. Er sagt, ich habe in dem Judentum zugenommen, also an Ansehen und auch Lehrkenntnis des Judentums. Er hat zugenommen über viele Altersgenossen in seinem Geschlecht, also entweder in seinem Volk Israel an sich oder auch in seiner Generation, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Das heißt, er hat schon geefert für Gott, aber offensichtlich nicht korrekt. Und das ist ja eine Sache, die er übrigens auch im Römerbrief ja da auch ganz klar über Israel ja auch sagt. Sie haben Eifer, aber nicht den richtigen und das ist natürlich fatal. Das hilft dann natürlich gar nichts. Genau. Als es aber Gott, sagt er dann weiter, Gott gefiel, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Es ist alles Gottes Wirken, das hier passiert. Das stellt er hier heraus. Und deswegen wird das, was er sagen wird im Brief, Gewicht haben, wahrhaftig sein. Es wird die anderen falschen Lehren schlagen in der Wahrhaftigkeit, in dem, dass es von Gott wirklich ist. Als Gott, der mich, es ist Gott gefiel, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und berufen hat und als es ihm wohl gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, zu diesem Zeitpunkt, auch dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, mit diesem Auftrag sogar, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zurate. Also er sagt erstens mal, alles, wie überhaupt ich zum Glauben gekommen bin, das ist wahrhaftig von Gott. Und wie ich beauftragt wurde an den Nationen, auch von Gott. Das war alles von Gott. Das ist das sehr viel Gewicht, da steht Gottes Absicht dahinter. Auch in dem, was ich jetzt über Israel in diesem Galaterbrief sagen werde. All das, was da kommt. Und dann sagt er sogar noch, dass er dann nicht alsbald mit Fleisch und Blut zurate ging. Das heißt, er hat sich, nachdem er dann bekehrt war oder Christus erkannt hat, Christus ihn erkannt hat auf dem Weg nach Damaskus, hat er nicht zunächst mal den Rat von anderen Gläubigen im Wesentlichen gesucht oder auch nicht die Lehre durch andere Apostel oder andere, sagen wir mal, gelehrte Gläubige gesucht. Er ist nicht mit Fleisch und Blut zurate gegangen, sagt er. Er hat sich nicht von anderen Quellen lehren lassen und hat gesagt, ich ging auch nicht hinauf nach Jerusalem, Vers 17, zu denen, die vor mir Apostel waren. Also auch da ist er nicht hingegangen, sondern er betont, dass ich bin sofort, also ich bin weggegangen nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Das heißt, er ist, was sein Verständnis des Evangeliums angeht und was auch sein Verständnis des Stellenwerts des Gesetzes aus dem Alben Testament, aus dem Bund Sinai angeht, dass dieses Verhältnis von diesem Gesetz zum Evangelium von Jesus Christus, diese Dinge sind ihm nicht klar geworden, weil er von anderen Judenchristen gelehrt worden ist, nicht einmal von Aposteln gelehrt worden ist. Er ist damit nicht zurate gegangen, sondern er ist gelehrt worden und zwar, als er da nach Arabien ging und dann wieder zurückkam nach Damaskus. Also das ist schon sehr, sehr klar. Er betont das ganz, ganz stark, um einfach zu zeigen, dieser ganze Werdegang, das autorisiert ganz, ganz, ganz stark, dass, was er zu sagen hat, wahrhaftig ist und dass es wirklich von Gott kommt und ich betone das ja jetzt auch bei meinen Erklärungen dieser Verse sehr stark, weil das Problem einfach sehr gewichtig war, weil das ein Riesenproblem wirklich war, das ging wirklich spitz auf Knopf, dass dann ein großer Teil der Gemeinde an sich angefangen hätte, sich im Grunde wieder wie Juden zu verhalten und wir hätten das dann bis heute und bis heute haben wir gewisse Tendenzen, einen gewissen, ja, eine etwas zu starke Annäherung auch an das Judentum vielleicht zu haben, im religiösen Sinne jetzt und damit räumt Paulus zum Teil auch in diesem Brief übrigens auf und jetzt geht es ja weiter und sagt nach drei Jahren Vers 18 darauf nach drei Jahren nach drei Jahren ohne Fleisch und Blute zur Rate gezogen zu haben nach drei Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf nach drei Jahren da hat er schon gedient um Kephas kennenzulernen also Petrus und er blieb dann 15 Tage bei ihm vermutlich weil er ihnen oder das wissen wir eigentlich auch weil er ihnen das vorgelegt hat was er unter den Nationen der Evangelium verkündigt hat das werden wir dann noch auch sehen 15 Tage blieb er bei ihm und er sagt ich sah aber keinen anderen Apostel außer Jakobus den Bruder des Herrn und er sagt diese Sachen er sagt wirklich ich hatte nur kurzen Kontakt ich hatte kurzen Kontakt mit Aposteln aber auch erst drei Jahre nachdem ich überhaupt zum Glauben gekommen bin und in dieser Zeit ich habe das was ich weiß nicht von Menschen sondern das kam von Gott und weil es eben nicht von Menschen kam sollte euch das klar werden liebe Leser dass hier eine Kraft am Werk ist die einfach das Sagen hat über das was die Wahrheit ist und die auch das Sagen hat über das was ihr hier an Fehlern macht und das ist ganz 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 wichtig dass es für uns Leser die wir sagen naja das ist doch klar das Gesetz in dieser Form gilt ja für uns dann so nicht mehr nicht mehr in diesem Sinne für uns scheint das so ein bisschen quick and dirty so ein bisschen klar zu sein aber die Gewichtigkeit die damit verbunden ist auch die Nähe die viele Gemeinden auch zum Judentum immer noch suchen bis heute noch ist schon immer noch eine Frucht dessen dass doch der Galaterbrief nicht mit allem aufgeräumt hat wie das Judentum letztlich wieder Eingang auch zu finden versucht in gewisse Lehren der Gemeinde auch in die Endzeit Lehren und das ist schon ganz wichtig und er sagte eben was ich euch aber schreibe siehe vor Gott ich lüge nicht es war wirklich so seht doch wie Gott es wirklich war der das geführt hat und seht doch deswegen auf das was ich zu sagen habe darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien ich war aber den Versammlungen von Judäa die in Christus sind von Angesicht unbekannt sie hatten aber nur gehört der welche uns einst verfolgte verkündigt jetzt den Glauben den er einst zerstörte das heißt es wurde dann wirklich bekannt dass Paulus wahrscheinlich weil er sich auch natürlich in Jerusalem getroffen hatte mit Petrus und dann auch Jakobus dann ist natürlich klar dann hat sich das langsam ausgebreitet kann man sich gut vorstellen und die Gemeinden in Judäa haben dann schon mitbekommen dass ausgerechnet derjenige der die Gemeinde wirklich in den Tod verfolgt hat der sie überliefern durfte ins Gefängnis damit sie auch verurteilt werden das wissen wir ja aus anderen neutestamentlichen Schriften dass ausgerechnet dieser jetzt das verkündigt was er zerstören wollte und warum sagt Paulus das jetzt hier ist doch eigentlich für die Theologie die er jetzt klarstellen wird total egal oder ist es halt nämlich nicht weil er dann natürlich sagt liebe Galater nicht nur dass ich euch sage Christus hat es mich gelehrt und deswegen stimmt es was ich sage über eure Fehler sondern er sagt auch schaut euch doch bitte an dass ich wahrhaftig von Gott her spreche dass ich wahrhaftig von Gott her geführt worden bin dass ich wahrhaftig drei Jahre lang erst bei Christus selbst in die Schule gegangen bin und dass selbst die Gemeinden in Judäa darin Gottes Handeln und Wirken wahrhaftig erkannt haben man kann ja sagen wenn man jetzt in Vers 24 sieht und sie verherrlichten Gott an mir das heißt Paulus sagt diese Gemeinden die jetzt gesehen haben Paulus verfolgt nicht mehr sondern er er treibt das Evangelium nach vorne die haben Gottes Hand in ihm wirklich erkannt sie haben Gott verherrlicht das hätten sie nicht gemacht wenn sie nicht wirklich geglaubt hätten dass es von Christus her kommt wenn sie nicht geglaubt hätten dass Paulus jetzt auch ein richtiger Apostel sogar ist also viel extremer kann ja die Kehrtwendung gar nicht sein das heißt Paulus wirft hier ganz ganz stark in das Gewicht oder wirft hier ins Gewicht dass auch die Gemeinde selbst dieser Wahrheit Zeugnis gibt dass er wirklich Gottes Wort in sich trägt dass er wirklich die Lehre der Apostel die Lehre von Jesus vertritt und damit hat er sich jetzt was es die Kenntnis des Evangeliums betrifft stark autorisiert und auch das bewiesen und appelliert wenn ihr an das Wirken Gottes hier nicht glaubt beziehungsweise er sagt natürlich an das bitte glaubt schaut euch es doch an was hier geschehen ist ohne hat sich auch autorisiert weil er natürlich gesagt hat ich bin hier eigentlich jemand der vor allem was das Gesetz betrifft auch fachlich inhaltlich sich natürlich super auskennt ich bin einer der allerbesten im Judentum eigentlich gewesen wenn ich der beste und also ich habe einfach Ahnung und zwar vom Gesetz her weil ich das als Nichtgläubiger rauf und runter studiert habe und als ein Gläubiger der ich von Christus selbst direkt bekehrt worden bin direkt angesprochen wurde und direkt bei ihm in die Lehre gegangen bin es ist schon wirklich unglaublich fast zu sehen wie viel Vorbau Paulus seinen Worten schenkt die er dann noch setzen wird er wird in Kapitel 2 diese Bevollmächtigung und diese Beweise ein Stück weit noch fortführen und wird dann schon dazu übergehen zu sagen was genau das Problem ist und woran man erkennen konnte dass in Galatien die Werke des Gesetzes versuchen wieder rein zu kriechen und es ist schon die Wichtigkeit kann man kaum kann man kaum überschätzen die hier tatsächlich die Sache die auf dem Spiel steht dass sie eine ganz ganz klare Linie einziehen und sagt diese Werke des Gesetzes aus verschiedener in vielerlei Hinsicht haben in der Gemeinde nichts verloren es ist auch eine Mischung von ganz verschiedenen sagen wir mal doch gewissen Haushaltungen die eigentlich also am Ende was das Heil betrifft eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun haben diese Lehre natürlich auch dass Paulus schon einen gewissen Unterschied natürlich macht zwischen einem einfach einem völkischen Israel und dann auch einem Volk Gottes das letztlich aus Glauben und nur aus Glauben gerettet werden kann und das gilt natürlich selbst für die aus Israel die zum Glauben kommen diese Unterscheidung die er hier trifft man treffen muss weil sonst kriegt er das Gesetz nicht raus aus der Gemeinde das wird nicht gehen das kann man nicht sauber trennen diese Unterscheidung schmeckt natürlich auch denke ich mal bis heute einigen in der Gemeinde nicht und wenn sie konsequent durchgedacht wird und was Paulus an anderen Stellen in der Gemeinde auch macht dann hat es Konsequenzen für unser Bild bezüglich Israel selbst nach dem Fleisch es hat aber auch Konsequenzen für unser für unser Verständnis wer wir als Gemeinde sind dass wir also keine temporäre Zusatztür sind für einige die halt nicht wirklich Israel sind aber eben aus den Heiden jetzt noch dass wir mal ein bisschen Errettung haben dürfen das ist sicherlich nicht so wenn man sich das anschaut wie Paulus den ganzen Brief dann weiter schreibt dann wird man schnell erkennen dass Paulus eigentlich bestätigt es gibt nur einen Heilsweg und die Gemeinde ist eigentlich die erste Gruppe die wirklich von Anfang an diesen Heilsweg voll beschreitet und das hat natürlich Israel in keinster Weise so gemacht weil sie auch in einem vollkommen anderen Bündnis drin waren und genau diese Dinge wird Paulus noch wörtlich sogar sagen illustrieren im Brief da kommen wir dann noch dazu aber weil das so gewichtige Aussagen sind muss er eben wirklich sicherstellen wenn ich das sage dann müsst ihr das so stehen lassen ihr müsst danach auch handeln und ihr müsst die Gemeinde deswegen auch mit dem Besen ausfegen was diese Dinge betrifft so weit zu diesem Vers und dann geht es in Kürze weiter mit dem nächsten Teil und dann